so jetzt zeige ich euch mal wie wir unsere kennzeichen beleuchtung auswechseln und zwar am besten nehmt ihr so einen schraubendreher so einen schlitz hier habt ihr bei der beleuchtung einen kleinen schlitz da einfach mal einmal rein stechen und dann kommt das schon fast automatisch nach außen einmal rausziehen so einmal diesen sockel festhalten drehen und dann kann man schon die beleuchtung entnehmen ich habe die birne vorhin schon ausgenommen und mache hier die neue birne dran das ist ein w5w birne einfach reinschieben dann soll es auch schon funktionieren ausmachen und umgekehrt wieder das ganze anschließend drehen so einfach funktioniert